Im Grüner Wald bilden Sie ja Lehrlinge und duale Studenten aus. Was machen eigentlich die im Moment? Jetzt während des Lockdowns halten unsere Azubis unseren Betrieb am Laufen für die wenigen Business-Gäste, die wir noch haben. Außerdem bauen wir immer wieder Fortbildungseinheiten für die ein, viele Tier- und Spirituosenkunde und auch Marketingaufgaben, wie es alle Stellen von Arrangements und Pauschalen. Sie haben ja auch ein Spa-Suite. Wird die gern gebucht? Ja, sehr. Schon vor Corona wurde die sehr gut angenommen, vor allem von Paaren, viel auch Paare mit kleinen Kindern oder Babys, wo die Kinder schon früh ins Bett möchten abends und die Eltern können dann noch die Sauna nutzen und in Ruhe fernsehen und in die Willwanne. Auf was freuen Sie sich denn am meisten, wenn Sie endlich wieder öffnen dürfen? Ich freue mich vor allem einfach wieder darauf, das machen zu können, was wir am liebsten machen, nämlich Gastgeber sein.